Hallo Leute, hier ist die Fave und weiter geht's mit Mirror's Edge. Ja, hi Freunde, ich bin wieder da und bevor wir jetzt loslegen und uns das Säule der Verdammnis vorknüpfen, wollte ich kurz mal was gucken. Ach, das habe ich schon ausgemacht. Ach, das habe ich ja. Stimmt, 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 stimmt. Ja, ich habe diese, Moment, da, diese Physikunterstützung ausgeschaltet, weil es daran liegen könnte, dass mein Spiel immer abstürzt. Also zweimal bis jetzt. Ich bin mal gespannt. Ja, wir müssen jetzt zwar ohne herumfliegende Zeitung spielen, aber dafür stürzt es nicht mehr ab. So, und ja, komm, ich will loslegen, ich will loslegen. Ich bin heiß auf das Spiel, ich bin heiß auf das Spiel, verdammt. Komm, ja, und legen wir jetzt los. Ähm, wo sind wir denn? Ach, genau, hier. Wow, Moment, die Maus ist irgendwie ziemlich schnell geworden. Allgemein, die Maus spinnt irgendwie rum. Keine Ahnung, was ich hier getrieben habe. Steuerung, äh, Mausempfindlichkeit. Ja, machen wir ein bisschen weniger. So, eigentlich schon springern. Und jetzt geht das weiter, ne? Ja, ich muss mich jetzt mal an alles gewöhnen. Moment, so, jetzt ist mal... Wie sprint ich nochmal? Nicht so. Ah, nee, es sprint sich ja von alleine. Ja. Und. Bam. Ey, du musst sterben eigentlich. Oh, 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 oh. Das hat ja gut geklappt. Oh Gott, wo ist er? Ah, knallt ab. Knallt ab. Oh, gut. Ja, irgendwie ist die Störung... Wow, das wackelt irgendwie ziemlich. Hm. Okay, das mach ich. Und ich spring einfach mal jetzt hier hoch. Und da hoch. Yeah. Und, wow, da schießt jemand auf mich. Ach ja, das ist ja der Helikopter. Genau. Und die Treppen hoch. Jetzt kommt das Seil. Das Seil der Verdammnis. Hi, Krieg. Okay, halt fest. Und jetzt einfach voll entgegenlaufen. Ja. Geht doch, geht doch. Und jetzt mal... Oh, oh Gott. Wow, 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 wow. Ähm. Muss ich? Nein. Bam. Alles Gute kommt von oben, mein Freund. Wer bist du denn? Auch ein Runner? Bist du okay? Komm schon. Ähm, ich spürze mich vor. Ähm, Food Court. Okay. Du bist gut geschlagen, Faith. Ich weiß immer noch nicht, warum die Kopf so schießwütig sind, aber ich bleib dran. Und ähm, mach dir keine Sorge um deine Schwester, wir regeln das. Alles klar. Ja, das war's auch schon. Oh Gott. Merks Unterschluff, 7 Uhr 1. Verdammt, Merk. Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Heiß, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pauk-Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Sir. Also was soll der Aufruhr? Unsere kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Kopf der Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja, es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich inziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus. War das nicht dieser Grieche? Genau, sein Vater hat den Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und... Keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. No. Wenn jemand was gehört hat, dann er. Das weißt du, Fake. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr. Aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet er euch. Wollen wir bitten? Wer? Jackknife. Jackknife. Jackmesser. Ja, wir knüpfen uns jetzt Jackmesser vor. Jackknife steckt. Der ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg da ein Wimmelsnusser von Cops. Du kannst den Kanälen bis nach Hempentown folgen. Also los. Ähm, okay. Dann legen wir jetzt los. Ja, das hat gut geklappt. Ähm, ja, ich war gerade abgelenkt. Ich habe gerade ein bisschen zugehört. Aber ich höre es einfach nicht zu. Jaja, Lava weiter. Läuft eh nur Schwachsinn da. Äh, da jetzt einfach darüber sprechen. Uppah. Wow. Und jetzt? Ähm, jetzt weiß ich aber nicht, wohin. Whee. Anschwung nehmen und. Wuhu. Oh, wir haben es geschafft. Sehr gut. Ähm, und jetzt? Nein, ne? Da muss ich... Nein. Ich muss doch nicht. Doch, ich muss da hin. Ach nee, ich muss hier. Ach. Das wäre ja was, wenn ich da jetzt rüber gesprungen wäre. Ähm, aber jetzt umdrehen mit Kuh. Nein. Umdrehen mit Kuh, habe ich gesagt. Ich springe jetzt einfach mal. Ähm. Ach, ich muss mich ja drehen und dann springen. Und... Uppah. Au, verdammt. Abrollen muss man sich ja auch noch. Okay. Die Musik steigt. Das heißt, wir werden verfolgt. Also, die Musik ist lautstärke. Oh, da laufen Menschen. Hey. Und runter. Uah. Abgerollt. Ja. Abgerollt. Hey. Und ich glaube, ich muss hier durch. Ist mir egal, aber ich renne einfach hier durch. Und das ist wahrscheinlich voll falsch. Ähm. Ich renne jetzt aber hier. Ja, ich weiß, sind Umwege, aber gut. Ähm. Ach ja, ich kann ja mit Alt gucken, wo lang. Ah, okay. Wir sind richtig. Aba. Wasch. Und... Oh, oh. Wir werden abgeknallt. Wir werden abgeknallt. Aber du triffst uns nicht, denn wir sind zu schnell für dich, mein Freund. Wir sind speedy und zahle es. Und hüpf. Oh, oh. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Da ist was rotes, aber ich... Uh. Wir sind aber hochgesprungen. Und jetzt da rüber. Aua, aua, aua. Und da rutschen wir einfach mal durch. Weil wir es können. Eieiei. Der knallt uns ab. Au. Oh, verdammt. Ach du Scheiße. Der hat uns gleich. Der hat uns gleich. Ich verstecke mich mal bloß hier. Okay. Und jetzt... Ja, meine Maus. Komm an. Wenn ich so ein bisschen... Uh, ich berühre nicht mal das Mauspad. Ah. Blöde Maus. Äh, da... Sie soll aus den Kanälen raus? Ähm, ach da. Da rechts. Uuuh. Auch mit dir. Kleine. Okay. Uh, Ratte, Ratte, Ratte. Moment. Ratte. Wo ist das Seil, das mir den Kopf wegbläst? Wo ist das? Heh. Nein. Äh. Da. Und... Okay. Wir aktivieren jetzt das hier einfach auf E. Genau. Und dreh. Dreh, 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 dreh. Haben wir's? Ja. Und da ist... Wieder eine Ratte. Äh, äh. Eklig. Ähm. Was soll ich damit denn machen? Kaputt hauen. Nein. Ich muss da hoch. Auf jeden Fall. Ah, alles klar, verstehe. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Anschwung. Ach ja, ich muss ja auch noch. Ja, so. Und. So. Hoch mit dir. Und. So. Und ab in den Schacht. Ja, wehe, du hättest das nicht geschafft. Jetzt sind wir im Schacht. Hallo. Wer ist hier noch? Und die Tür einhauen. Bam. Okay. Machen wir. Ähm. Verdammt. Ähm. Okay, ich muss da hoch. Kletter jetzt hoch da. Nein. Oh. Ja, du bist. Holly. Was tust du? Ähm. So, und jetzt. Hüpfel, füpfel, füpfel. Hüpfel, füpfel, 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 füpfel. Was mache ich denn hier eigentlich? Wow. Ähm. Bin ich tot? Oh Gott, wir rutschen in den Tod. Halte ich fest. Äh. Ich bin geboren für das Spiel. Und jetzt nochmal. Aber etwas besser. Und zwar hier hoch. Und hier hoch. Und jetzt springen wir. Da ruft er. Und ditte machen wir auch noch. Und jetzt müssen wir, ähm, da rüber springen. Naja. Und jetzt einfach hier und so. Und dann einfach mal, äh, ja. Wohin dann? Ja. Dahin. Aber. Aber, ähm, hey. Wir haben ein kleines Problem. Woher kann ich jumpen? Hä? Wir haben keine Plattformen. Ah, we can jump to here. And now we can jump to there. And now we are here. Oh Gott. Oh, jetzt ist der Abschwung. Wow, 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 wow. Wie war. Okay. Und jetzt müssen wir. Oh Gott. Fave. Oh Gott. Ich bin gerade so angespannt, dass ich da irgendwo runterfalle. Ich will nicht runterfallen. Ja, 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 ja. Uh. Und, oh Gott. Wo bin ich? Äh. Nee, das ist ein bisschen zu tief, würde ich sagen. Deswegen springen wir jetzt einfach mal rüber. Wuppa, Diebser, du. Und jetzt hier. Und jetzt da. Und jetzt. Oh Gott, war das. Oh. Ich dachte, das wäre voll cool und ich habe es bis zum Rohr geschafft. Aber okay, anscheinend war es nicht so. Ja. Okay. Und, nein, 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 nein. Du sollst nicht wieder hoch. Du sollst dich. Da und. Oh. Hüpf. Oh. Wie lief geht denn der Scheiß? Was ist hier? Ja. Da, 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 da. Und jetzt. Hä? Da lang? Okay. Wow. Oh, zum Glück hält sich selber fest. Da, 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 da. Ich weiß nicht, wie weit es runtergeht. Okay. Gleich reicht die Hose. Äh. Mhm. Äh. Okay. So. Ähm, da hin. Okay, da ist ein Schalter, sehe ich. Und. Und. Not-Toren-Entriegelung. Zum Benutzen-Knopf drücken. Entriegelungszeit. 15 Sekunden. Da. Äh. 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 B-b-b-b-b-b-b. Das Tor wird 15 Sekunden. Dann, okay, mache ich jetzt einfach mal. Lauf, Kleine. Lauf, wir müssen es schaffen. Lauf, 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 lauf. Wow. Wie hoch kannst du hübspringen? Haben wir es jetzt geschafft? Komm, bitte, speicher. Das ist wieder eine Ratte. Ich krieg dich, du Ratte. Hä? Oh. Oh, die ist verschont. Eine Zauberratte. Oh. Creepy, creepy. Ähm, ja, ich verstehe schon, was wir machen müssen. Ich verstehe schon. Ist doch einfach. Puh. Und jetzt. Ah. Wo haben wir denn da nahe her? Haha. Und dann bin wir noch, mein Freund. So. Okay, was haben wir hier? Ein Schalter. Wieder 15 Sekunden Zeit. Wohin muss ich denn, müß ich denn renne? Hä? Muss ich wahrscheinlich da hier renne? Okay, das machen wir. Ne. Oh, nein. Ja. Öffne dich. Oh, ganz viele Ratten. Okay. Und. Lauf. Ich hab keine Ahnung, ob ich richtig renne. Ich renne einfach. Ja. Oh, balancieren. Balancieren macht Spaß. Spaßi, spaßi. So. Und einfach rüber da. Oho. Ja, tut mir leid für die, äh, hohen, äh, für das hohe Geschrei, aber irgendwie fühle ich mich heute so weiblich, wenn ich Fels spiele. Hä? Äh, äh, nein. Jaja. Die werden gleich schon kommen, aber die werden ihr blaues Wunder erleben, wenn ich nicht mehr da bin. Sie haben wohl die Ahnung, dass du dich da drin verkriegst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Oh, Scharfschützen? Denkt ihr, das könnte die, äh, das könnte die Effie aufhalten? Nein. Das hält die Effie nicht auf. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen es aber ganz cool. Boah. Hehe. Und jetzt? Rüber, da Kleine. Oh, Scharfschützen. Huch. Nein. Aber immerhin sind wir mit dem Rücken gelandet. Mist. Oh, oh. Komm, halt dich fest. Sehr gut. Ähm, und jetzt nochmal.